Hallo Spieleflutsurfer, willkommen zurück hier bei Alien Breed 1 Impact. Ich, der Zwiebelpeter und ihr da draußen, wir spielen jetzt dieses Spiel weiter. In der letzten Folge sind wir ja hier in diesem Dreiergang quasi, haben wir aufgehört und wir müssen jetzt, zerstöre die Generatorin, die das Fließband antreiben und stoppe das Fließband. Ist natürlich alles immer schwierig ne, gibt ja keine Knöpfe für so was, muss man immer irgendwann in die Luft jagen, ist ja ganz normal. Mach ich auch immer so, wenn ich ein Herd ausschalten will, jage ich das Haus in die Luft, kennt man ja nicht anders. Von daher, alles realistisch. Okay, jetzt kommen mir grad so ein paar Arschlöcher an. Und die mit den grünen Augen, die finde ich am nervigsten, weil die Pissbacken nämlich immer hier mit ihrem Stachel da rum schießen. Finde ich doof. Also so Fernkämpfer quasi. Finde ich voll. So, was habt ihr jetzt davon? Hässliches Gezücht. Ja. So, ich nehme mal wieder die. Oh man, wir brauchen... Lauf doch bitte. Wir brauchen mal wieder einen Speicherpunkt, beziehungsweise einen Job. Darum geht es mir ja eigentlich. So, jetzt haben wir hier den angehalten, gleich. Und können dann wieder zurück zum Fließband. Ja. Sammle die Wärmle-Koppler-Komponente ein. Okay. Das machen wir natürlich gerne. Dass wir diese Komponente einsammeln, ist ja gar kein Problem. Dafür sind wir ja da. Mehr oder weniger. So, jetzt kommen da hier wieder tausend Leute an. Wo waren das hier? Hier durch. Ach, da ist noch einer. Kommst du, oder? Kommst du nicht. Lässt du bleiben. So, da blinkert... Mann, lauf doch mal. Die Stühle, die scheinen riesengroß zu sein. Echt? Äh, wo blinkt? Hier blinkt der Wärmekoppler. Zack, Wärmekoppler in die Täsch. Na? Noch jemand ohne Fahrschein? Bitte vortreten. Danke. So, was machen wir jetzt? Geht zurück. Äh, hier. Äh, da. Dann da. Dann da. Und dann... Hier. Und dann hier. Ach, du Scheiße. Was wollt ihr denn alle? Ist ihr Kindergeburtstag, oder was? Glaubst du ja nicht. Ach so, jetzt müssen wir wieder rüberfahren. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, na, guck mal einer an. Das hab ich gesucht. Erstmal rein hier. Ja, ja, danke, danke, danke. 7.200. Okay, ich brauch aber dringend Munition. Jetzt haben wir noch 6.700. Wir gucken jetzt mal in die... In die Upgrades. Waffen. Das Sturmgewehr. Das Sturmgewehr hat ein Schnellfeuermodul. Und ein Schadens-Turbo wäre natürlich auch geil. Weil die nehmen wir ja eigentlich schon relativ häufig her, die Waffe. Die Schleuderkanone. Okay, die hat eine Ladebeschleunigung. Okay. Äh, nö. Ich nehme einfach den Schadens-Turbo. Ja, bei dem Sturmgewehr. Yes. Ach, okay, man kann... Ach, das wusste ich jetzt auch nicht. Das ist ja doof. Die Dinger addieren sich nicht, sondern man kann selektiv nehmen. Und vor allem, ich muss die Scheiße nochmal kaufen. Ich hab's ja schon gehabt. Das ist doch Blödsinn. Okay, jetzt machen wir zwar mehr Schaden, aber schießen dafür langsamer. Wahrscheinlich bin ich ja mal gespannt. Das auch speichern wollte ich noch. Jetzt haben wir bestimmt auch ein anderes Mündnis. Mündnisfeuer. Oder so. Fände ich zumindest ganz cool. Ach, guck mal. Jetzt sieht die Flinte vorne auch anders aus. Sieht quasi aus wie so eine etwas überdimensionierte Schrotflinte. Na, wir gucken mal. Wird ja bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Bis, äh, das erste Opfer uns vor die Flinte kommt. So. Ja, ist ja gut. Ihr siehst ja kaum, weil der vor lauter... Explosionen. Södeler. Dann mal hier gerade. Gut. Was ist jetzt hier? Achso. Wo ist sie denn? Hä? Ist sie hier? Ach, da. Habe ich mich irre leiten lassen vom Radar. Quasi. Das finde ich total nett von dir. Ja, super. Okay, aktiviere das Shuttle-System. Nehmen wir erst einmal die Kohle mit. Raucht sonst eh keiner eher mehr. Alle tot. Oder von Käfern zerfressen und zerrissen. Konsole Shuttle-Steuerung. Weil? Wenn wir das Shuttle aktivieren wollen, brauchen wir mehr Energie. Betrete den Energiesektor und leite den verfügbaren Strom um. Okay. Machen wir doch. Klar. Jumä. Okay, das ist dann hier diese andere Dings, mit der wir rüberfahren können. Flupp. Guten Tag. Ja, nun mach doch mal. Dankeschön. Aha. Alter. Rambo ist unterwegs. Sehr schön. Das gefällt mir. Und mein Sturmgewehr. Sehr schön. Die Muni können wir echt gut gebrauchen. Was? Was liegt da? Eine Wachkanone? What the fuck? Ach so. Das sind diese großen Teile. Ich verstehe. Die man auf die, in Anführungsstrichen, Steckdosen setzen kann. So. Wie die kleinen Käfer da abhauen. Ein Midi-Pack. Auch gut. Das gefällt mir ja, die Wummel. Die ist ja mal geil. Jawoll, ja. Okay, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch etwas etwas präziser ist vielleicht, aber gut, waren jetzt ein bisschen weit weg, hat man nicht sehen können. Nichts interessantes gefunden. The story of my life quasi. Finde ich schön, dass ihr Türen aufmachen könnt. Ach, guck mal an, hier können wir wieder speichern. Machen wir doch auch gleich mal. Haben wir ein bisschen Geld gefunden? Haben wir. Können wir uns, ist schön, die voll machen und die sogar auch voll machen. Cool. Und speichern. Ja. Das mit dem Speichern ist echt immer wichtig. Und vor allem mit der Muni. Also ich meine, gut, 2300 Schuss. Ungefähr 2-2, aber ich meine, die sind auch schnell alle. Habt ihr ja gesehen, was man hier so rausrotzt. Also darf man immer nicht vergessen, finde ich. So gesehen, ist das jetzt nicht so viel. Zack, aufgenommen. Ähm, okay, hier geht's nicht weiter. Hier sind, ist Aua. Ja doch. Aha. Schön, Rückschlag. Also ein Rückstoß, meine ich, haben sie für die Aliens. So, was hast du? Nichts. Dein Kumpel hat mehr dabei. Jetzt töte ich ihn nochmal. Ah ja, okay, hast du Glück gehabt. Vogel. Okay. Blockade, behindert Zugang. Ah, nicht behindert, hier was anderes. Gucken wir hier durch. Hier war nix. Aber wir müssen hier einmal außen rum gehen. Achso, da war der Speicherstand. Raum, Raum, Speicherstand. Genau. Na, kommt schon. Oh, der lebt ja gar nicht mehr. So, dann gehen wir hier mal durch. Durch die schicken Doppeltüren. Menschlicher Leichnam. Mal gucken, was du hast, Junge. Sub. Nix. Oh Mann, ey. Ich hasse dich dafür. Knauze. Ja, daneben würde ich mal sagen, ne? Du Arschloch. Und ich hab getroffen. Warum? Weil ich's nämlich kann. Ich nämlich der absolute Obermarine bin. Hm. Ist gut. Aus. Ja. Sitzplatz aus. Noch einer. Na, sag mal. Ist jetzt gut. Jetzt ist gut. Ich werd böse. Ich erzähl's eurer Mama. Ja. So schaut das aus. Eurer Mutter. Munition für Schleuderkanone. Epischster Waffenname ever. Hat ich, glaub ich, schon mal erwähnt. Ähm. Warum aber eigentlich Schleuder? Schleuder ist doch Sling, oder? Also, Slingshot wäre doch sowas, oder? Warum die dann da auf den Namen kommen? Schleuderkanone? Shotgun? Hm. Nicht wissen. Mal fragen. Beziehungsweise einfach, egal. Ignorieren. Und sich ein wenig dran erheitern. Ist vielleicht immer besser. Als wenn man hier so als vielleicht Rechtschreibnazi auftreten möchte. Oder Grammatiknazi. So, da ist wieder nix drin. Da ist, ja, das ist akzeptabel. Okay, 2100 Schuss. Ist schon mal ne gute Sache. Wo ist jetzt hier diese olle Steuerung? Hier, grüner Monitor. Oh, Mann. Konsole, Stromversorgung. Yeah, Power rerouted. Folge den Wegpunkten zum Shuttle-System. Lass mich raten. Da kommen wir doch schon her, oder? Ja. Ich habe Feuer gemacht. Ja. Nee, nicht Caps Lock. Jetzt erläuft. Genau. Aha. Was ist denn mit dir los? Aha. Neue Spezies. Interessant. Nach dem Motto Liebling Dick, äh, schützt dich. So, bitte eine nach der Reihe. Eine nach dem anderen meine ich. In einer Reihe anstellen. So, ist schön. Dankeschön. Habt ihr gut gemacht. Gibt heute jeder noch einen Keks. So, nun kommt. Ja, nun ist ja gut. Komm. Leg dich hin. Mach dir ein bisschen Augen zu. Ein bisschen Augenpflege. So, Schnauze. Äh, dann müssen wir wieder rüberfahren. Oder ist jetzt hier das hier offen? Nee. Dann fahren wir wieder einmal rüber. Auf die Sonnenseite des Lebens. Zack. Äh, geradeaus. Ja. So, jetzt haben wir noch drei und vier hier drüben. Und komischerweise sehr wenig Monster. Und komischerweise sehr wenig Monster. Machen wir mal gucken. Wahrscheinlich geht hier gleich der totale Punk ab, wenn wir aus der Tür rausgehen. Turbine online. Turbine online. Zurück zur Hauptmission. Mhm. Ist auch voll high-tech hier mit diesen mechanischen Teilen da rum. Ähm. Achso, jetzt können wir hier hin. Zu dem Monitor nochmal. Und jetzt da hier aufs Finale-Knöpfchen drücken. Jawohl. So. Shuttle-Service activated. Na, guck an. Benutzt du die Konsole für die Shuttle-Steuerung? Jetzt kommen wir hier erstmal rein und können jetzt hier nochmal auf den Knopf drücken. Das war so ein Shuttle. Meine Fresse. Epische Shuttle. Ankunft in 3, 2, 1. Okay. Das ist toll. Folge den Wegpunkten zum Großrechenraum. Großrechnerraum. Wollte schon sagen. Großer Rechner. Großer Recher. Rechen. Meine Güte. Deutsch ist Schwerapparat. So. Äh. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt alles gut. Und schon wieder werden wir von Explosionen begleitet. Und von verschlossenen Türen. Und von Speicherpunkten. Sehr schön. Das freut mich. Äh. Zack. Was haben wir denn gekriegt? 200 Geld. Natürlich jetzt auch bloß ein Tropfen auf dem heißen Stein. sag ich ja. Äh. Zack. Äh. So. Mehr können wir uns dann nicht leisten. Ja. Ist gut. Nicht leisten. Hm. Ah. Okay. Dann haben wir wenigstens da ein bisschen Speicher nicht vergessen. Ja. Zack. Und weiter geht's. Hm, hm, hm. Hier brennt wieder alles. Lass mich raten. Oh, Brandgefahr. Danke für den Hinweis. Sehr nett. Okay. Die haben so gerade gesnackt. Köpfe mögen sie anscheinend nicht. Gut zu wissen. Die sind, die schmecken dann wahrscheinlich zu intelligent oder so. Man weiß jetzt nicht. Sturmgewehr, supergeil. Danke für die Muni. Hm, und dafür hat er nichts Interessantes. Na, mach auf. Gerade noch erwischt. Ich muss meinen Kolben zu spüren bekommen. Also den, Gewehrkolben. Versteht sich. Okay, was flitzen die denn hier so ran? Habt ihr das eilig, oder was? Wollt ihr alle sterben unbedingt? Könnt ihr machen. Ich meine, bin ja nicht so. Ich bin ja in Geberlaune. Ja, so ist ja nicht. Wie gesagt. So, ach, aua, aua. Mano. Du Drecksack, du Erländiger. Dich hasse ich ja schon mal. Also den anderen jetzt eher. So primär, weil der so gespuckt hat. Spucken ist doof. Spucken macht man nicht. Oh, dahinter liegt Pew Pew. Sehr schön. Da liegt das Lasergewehr. Ach was. Don't you say. Okay, okay. Ey, eigentlich müssten die uns so dankbar sein, ja? Für den ganzen Scheiß, den wir hier machen. Und was ist, wir kriegen noch nicht mehr so ein paar... Aua. So eine läppische Waffe irgendwie. Das Leben ist so ungerecht zu uns, echt. Ist das schon mal aufgefallen? Wir müssen hier für jeden Scheiß selber sorgen. Nix kriegen wir. So, was war jetzt das hier für ein... Für ein epischer Rundgang? Hier ist nix. Okay. Äh, hä? Hier. Ach was. Siehste? Kaum zerschießt man eine Tür mit Gaskanistern, ist es auch schon spontan online. Ein Hoch auf die Logik. Hier kann man ja... Hier ist zwar Glas, kann man aber nicht durch, weil... Keine durchgehende Scheibe. Und ein Brand ein bisschen. Geringfügig. Da müssen wir dann nochmal kicken. So, hier waren wir schon. Aber, witzigerweise, Rundgang beendet. Und wir können jetzt hier das nochmal speichern, weil jetzt haben wir nämlich wirklich die Zeit erreicht. Ähm, speichern, speichern. Genau, liebe Leute. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge. Wenn es euch gefällt, gebt ruhig mal einen Daumen hoch, lasst ein Kombi da. Wäre schön, würden wir uns alle drüber freuen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.